Musik Ach so Leute, die Mission wird mir mit einem Stier angezeigt. Ach so ist das. Ist auch nur ein bisschen sehr weit entfernt. Aber das macht ja nichts. Wo sind wir denn? Da hinten. Wir müssen da mal hin. Weil dort ist etwas, was wir eventuell gebrauchen könnten, um schneller von A nach B zu kommen. Äh ja, tschüss. Jobs gibt's keine. Da hat er recht. Was übrigens, äh... verändert wurde mit dem DLC, was ich habe. Man sieht, ich hab hier Flammen. Flammen sind cool. Nicht wahr? Prinz Zuko? Ach ja. Die alten Avatar-Referenzen. Kennt alle von euch noch Avatar? Ich muss sagen, ich erfolge die Serie mittlerweile nicht mehr. Aber wenn ich montags bei meinem Kumpel bin, beziehungsweise bei einem Kumpel bin, äh, schauen wir uns bei Netflix mal ein paar Folgen aktuell an. Aber ich muss sagen, das ist echt gut. Macht echt Spaß, diese Serie zu gucken. Rico, diese Wingshut-Kurse sind der Hammer. Dabei lernst du richtig fliegen, Aquila. Aquila. Ich wurde ja aber eigentlich hoch. Aquila. Denn jetzt können wir nach da hinten. Ich meine, wir hätten jetzt schon das freie Spiel freigeschaltet. Oh Gott. Aber, oh Gott. Ach, du großer Gott. Wie fliegt der denn? Aber um das ganze freie Spielgedöns kümmern wir uns später. Jetzt erst mal kümmern wir uns um die Story. Guckt mal, das geht doch viel, viel schneller. Eine schreckliche Reaktion ist unsere nächste Mission. Relativ weit entfernt, aber... Das ist auch schön hier. Hier würde ich auch gerne wohnen. Hier so, so am Abhang? Ungefähr da auf diesem Berg da. Das wäre voll cool. Ich sehe dir mal die Aussicht dann vor beim Streamen oder beim Aufnehmen in der Facecam. Wenn du hinten einfach so eine Schlucht hast und dann dieses Meer. Das ist schon cool. Das wäre schon wirklich ziemlich cool. Das hat was. Das gefällt mir. Ich habe mich gewundert, was hier so knackt, aber... Es regnet wieder. Ich liebe Regen. Regen ist was Tolles. So. Und Absprung. Fast perfekt. Aber, naja, wir sind ja nicht hier, um perfekt zu sein. Wir sind ja hier, um Spaß zu haben. Deshalb gibt es ja auch YouTube. Deshalb ist YouTube ja auch so erfolgreich. Weil Leute Spaß haben. Ah. Jahrelange Arbeit. Unsere Unfähigkeit, mal näher zu beschützen, war leicht absehbar. Ja, die Rückeroberung wäre kein Problem, aber der Verlust von Viselektra ist ein Versagen, das auf keinen Fall ungesühnt bleiben darf, oder? Rico Rodriguez ist also zurückgekehrt, geboren in demselben Feuer, aus dem heraus sich meine Macht entwickelt hat. Schon bald wird die Welt das ganze Ausmaß meiner Macht erkennen. Durch Rodriguez erhalte ich die Gelegenheit, sie zu demonstrieren. Vielleicht sollte ich ihn motivieren. Die wunderschöne Stadt Costa del Porto brennt sie nieder und wenn er kommt, um dieses unwichtige Städtchen zu beschützen, tötet seinen Freund. Jede seiner Aktionen wird eine schreckliche Reaktion von uns nach sich ziehen. Und dann wird die empfindliche Flamme der Revolution erlöschen, so wie sie es immer in der Geschichte getan hat. Benutzt die Panzer. Das ist wohl scheinbar. Doch. Sie, Sie waren das. Sie schießen drauf, los und spielen Krieg. Sie brennen unsere Häuser nieder. Hör nicht darauf, was er sagt. Wir müssen das tun. Ich hatte keine Wahl. Aber ich werde es nicht vergessen. Die Panzer gehören mir. Du gehst in die Stadt, Mario. Du kriegst sie auf einem Silbertablett. Oh, shit. Wir müssen uns natürlich wieder um die Panzer kümmern. Riko zerstört die Panzer. Ich mache mich auf den Weg in die Stadt. Was ist das denn egal? Okay, hat nicht geklappt. Okay, Panzer zerstören. Ich schätze mal mit fünf Schuss oder das ist relativ schwer. Okay, mit nur fünf Schuss wird das absolut nichts. Shit, der letzte hat nicht getroffen. Wisst ihr was? Das ist die einzige Methode, einen Panzer richtig zu stören. Man muss sie manuell zerstören. Man muss sie manuell zerstören. Man kann sie Zerstörung einleiten. Einleiten. Rico, du musst diese Panzer ausschalten. Ich bin dabei. Suchen wir erstmal den nächsten Panzer. Warte, ich werde ausgebremst hier. Frage ist von was? Okay, der Panzer brennt. Zeit für mich abzuhauen. Genießt euer metallisches Grab. Jetzt schnell, 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 schnell. Hallo. 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 Ja, ja, greif mich an. So ist es richtig. So ist es absolut richtig. Schießt mich an. Äh, geh nicht mit. Wovon, ne, der andere ist vielleicht besser. So. Noch irgendwo ein Panzer. Anscheinend nicht. Rico, ich habe hier ein Problem. Over. Die Ravelos-Truppen haben uns hier festgenagelt. Du musst uns helfen. Alles klar, ich komme. Willst du eine Ladung Schrott? Ja, ganz bestimmt. Filia da puta. Ich mache euch fertig. Jeden Einzelnen von euch. Alles klar. Alter, was die hier nichts nutzt, aber auch einstecken hier. Granate. Danke. Ciao, Jungs. Brauche Verstärkung, brauche Verstärkung. Okay, ich will die kleinen Waffen. Klein. so lord Achso, jetzt kann ich ihn töten durch meine Waffenschüsse oder was? Ah, okay. Aha, okay. Ich würde sagen, ich muss die Panzer nicht noch mal von vorne machen. Das wäre schrecklich. Das wäre nämlich genau dieselbe Krankheit. Man muss nervige Stellen. Viel zu oft wiederholen, wenn man scheitert. Perfekt. Hinterfrag dich, wie ich das kaputt gemacht habe. Hier, da hin. Und ich bin gleich tot. Oh shit, Mario hat Leben. Schätze mal. Dann sollten wir nicht zu lange brauchen. Und wirklich die Gefahren zu erstellen, die jetzt schon kaputt machen. So lebt er noch. Alter, was stecken die denn alles ein? Okay, ich kann also schon mal nicht ihren Pfeilschirmer zu löchern. Nicht löchern. Wo sind die anderen? Sie haben sie alle getötet, diese Bastardos. Wir müssen dich hier wegschaffen. Ich habe die Rebellen um Hilfe gebetet, aber da draußen sind zu viele von die Ravello-Soldaten. Ich fürchte, sie sind alle tot. Mario, wir sind da. Mach das Tor auf. Ein Überlebender. Mach das Tor auf. Wir müssen verschwinden, denn... Zack. Das Bergungsteam wartet vor Chirilla. Kommt sonst noch wer? Schafft Mario hier weg. Ich gebe euch Deckung. Zielpersonen flieht. Nehme Verfolgung aus. Scheiße! Verstärkung! Geht aus! Los, los, los! Ich meine halt, das war ja kein Problem für mich. War das wirklich der einzige Gegner? Lull als ob. Mach dich bereit! Shit. Uh... Wir stecken hier fest, Rico. Hilf uns! Ja. Ja. Ihr bleibt hier. Ihr bleibt eben Patienten. Scharfschützer. Da ist eine Militärbasis. Sie werden Jagd auf uns machen. Wir müssen ihre Verstärkung aufhalten. Over. Die Basis hetzt uns Panzer an den Hals, wenn wir nichts unternehmen, Rico. Ihr müsst nur über die Brücke. Ja. 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 Das war's dann wohl mit der Brücke. Mann. Die Ravello hat es echt auf uns abgesehen, Amico. All die Menschen in Costa del Porto. Dafür wird die Ravello bezahlen, Rico. Da kommen sie wieder. Shit, ich dachte, wir sind durch. Halt sie uns vom Leib. Wir kümmern uns um die Kanonen. Du übernimmst die Straße. Wir kümmern uns um die Kanonen. Oh, zum Glück. Ein Glück haben wir es geschafft. Da kamen sie hinter uns her. Und dann auch noch die Dicken. Ich bin der Einmannarmee. Rico, büßt du mich, Andre? Ich hab hier ein kleines Problem. Große Sache. Äh, könntest du, äh, vorbeikommen? Ich schick dir meine Koordinaten. Komm so schnell, du kannst kumpeln. Alles klar. Alle Einheiten von Gewalt ausschreiten. Kommt, entspann dich. Kommt, entspann dich. Die Miliz, 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 die Miliz. Ich werde uns befreien. Ich werde euch befreien. Versucht doch, mich zu stoppen. Auf das Teil. Und tschüss. Okay, kämpfen ziemlich hart hier, aber... Abhauen? Nein, ich glaube nicht. Au. Inwiefern ergibt das Sinn? Man kann übrigens auch Machtsinn sagen. Wir sind jetzt gerade eben übrigens durch den Boden durchgerutscht. Und... Tschüss. Ups. Tür ist offen. Okay, Kampfgebiet. Da haben wir irgendwo noch... ein Lager. Äh, ein Lager. Hier ist so ein Ding. Der fahrt. Und los geht's. Kriegen wir Verstärkung, bevor wir tot sind? Alle Einheiten hierher. Geil, kriegen wir Verstärkung, bevor wir tot sind? Alle Einheiten hierher. Den habe ich auch noch nie gehört. Oh, plötzlich ist das Feuer angegangen. Das war doch mal eine gelungene Folge. Wie er ist denn einfach explodiert. Darauf erst mal diesen Bus zerstören. Den Hippie-Bus. Exzellente! In Chirilla wurden die drei Sterne von General Di Ravellos DRM durch den stolzen Bullen der Revolution ersetzt. Kämpft weiter, Brüder und Schwestern. Das werden wir Schwester. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein, Leute. Habt noch einen wunderschönen... Tag. Oder Abend. Ich weiß gar nicht, wann ich das hochlade hier. Aber ich glaube, habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Dein Wunderschönen Tag. Vielen Dank.